Bestimmt auch? Ja. Also ich hab beides dabei, normale Sniper und äh... Jupp, hab ich auch, hab ich auch. Mhm. Ich schwöre dir, wach ich dich, Tobi. Ich weiß, wo du bist, aber ich bin haverweit weg. Ich würde mir jetzt auch sagen. Oh, wir haben Sponsor immer da. Bist du schon durch? Ja. Okay. Schnell, Tobi. Das sag ich nicht. Ich hab dich noch gehört, Alter. Ich auch, wo du unten reingekommen bist. Ja. Genau. Ach, Alter, ehrlich. Du hast das doch gesagt, nicht ich, Alter. Du hast ja schon mal Kopf nicht drauf. Ja, ich hör mal Kopf nicht drauf. Ja, ich hör mal Kopf nicht drauf. Ja, ich hör mal Kopf nicht drauf. Blöd, ne? Ja. Ja. Ja, er stand da eben die ganze Zeit, Alter. Ja, ich hör mal Kopf nicht drauf. Ja, ich hör mal Kopf nicht drauf. Ja, der hab ich auch, aber der hat mich dann wiederum gehabt. Ja. Ach, das war schon wieder so. Ja, ich hab gehört, wie die Tür aufgegangen ist, bloß Jess saß unmittelbar vor mir, also musste ich da schnell ran. Ich hab dich gesehen. Die Tür ging noch auf. Ich hab dich gehört. Na, die Tür ging noch auf. Das war doch total laut. Und da hab ich dich gesehen und dann wollte ich gerade schießen und dann hab ich gesehen, scheiße, Tobi hängt hier. Ist ja super, tot. Oh Gott. Hey, Jess. Ja. Tobi hat mich. Oh. 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 Ja. Und in dem Moment hat Tobi den Tobi dann erschossen. Da wusste ich, okay, der Tobi ist auch hier irgendwo. Hallo. Ach, war ich schon zu weit um die Ecke, ja? Habe ich gar nicht mitgekriegt gehabt. Scheiße. Ich konnte deinen ganzen Körper hören, korrekt. Die Vibes. Oh, was hat er nicht? Oh, was war die? Die Statue, die da unten steht. Richtig geil! Scheiße, hätte ich auch noch stehen bleiben können. Da bin ich schon lange nicht mehr. Ich sage, aus dem Geformten. Ja, bestimmt. Das Timing ist jedes Mal perfekt beim Gucken. Wenn wir irgendwie Sniper haben. Weil der kommt jedes Mal, ich guck aus dem Fenster und guck aus dem Gucken. Ich guck aus dem Fenster und guck aus dem Gucken. Wenn ich nicht ins Trill kommt, der tut mir nicht. Ich habe den bloß abgefeuert, einfach nur so. Und das Verfahren. Ihr hättet ja treffen können. Scheiße, die Wand an, du. Oh nein. Scheiße, die Kapptüre. Ja, wegen der Tür, richtig. Ich habe sie aus Versehen mitgedauert, richtig dumme. Aber haben wir laut auch. Ja. Ja. Wichtig, wir reden hier, wir haben die ganze Zeit reden über den Sniper. Hau ab hier, Alter. Ich habe dich doch schon gehört. Hau ab hier, Alter. Ja. Ja, aber... Ich muss dir katschen. Hau. Ich war nicht neben dir. Ich war doch da gerade jemanden auf die Ferse. Hey, was ist das denn? Tobi dreht, hey, was ist das? Ja, das gibt es hier nicht. Da hinten auch, Alter. Ach, komm schon. Musst du an den Pimmel hin, Alter? Ja, den habe ich schon gerade gesucht, weil ich den gut gesehen habe. Das ist hier nicht. Fick nicht mit dem Ficker, habe ich gesagt. Ich muss nachladen. Ja, habe ich aber gesagt. Noch eine Minute. Hallo? 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 30 Sekunden. Ich glaube, ich bin da. Zeit läuft ab. Bewegung. Wo denn? Hinter dir. Persönliches Radar ist bereit zur Escorte. Ich bin wieder am Arsch der Welt, ehrlich. Ich bin wieder am Arsch der Welt. Ich bin wieder. Oh. Ziel erfüllt. Sehr gut. Komm, komm, komm.